Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PeteSmithTV mit allen aus dem Team PeteSmith. Und heute ist mal wieder Zeit für eine Kompilation von Mima-Man und zwar Quarkers The Duck Has Memes For You. Logisch. Quaker? Oder Quaken, ja die Quaker. What the fuck? Alter. Mega gut. Yo. Give me that chip. Nice. Das war richtig dämlich. Offering? On God? Just like that. Nothing will stand in my way and this city will be mine. Why are you crying? Because you want to marry me. And that's why I'm crying. You're crying because you don't want to marry her? Yeah. Why not? I will marry you. 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 Okay, was ist da was auf mich zukommen? Wie geil ist das denn? Blinding. Blinding. What the fuck? Alter. Okay, das war nice. Das ist sowohl die Can you make a bow, ja, von dem Danny Dingsbums und von dem Typen, der immer hingeht, weißt du, diese ganzen Lifehacks, einfach so simplifiziert, weißt du, das ist so, das ist so gut. Der Blick von dem ist immer am besten. Warum? What? Oh, was ist das? Das war ein Brot, oder? Das sah aus wie ein Brot. Das war gefroren, wahrscheinlich. Oh, das war eine gefüllte Tasche, da ist der, oh mein Gott. Oh, moin. Boah, ist das gemein. Oh, ich warte mal auf die Szene mit Darth Vader. Hoffentlich kommt die. Du musst denken, da hat jemand Zeit rein investiert, diese GTA-Cuts so zu verändern. Da hat jemand Zeit rein investiert. Wenn sie nicht verändert worden wäre, hätten wir das rausschneiden müssen. Ja, das stimmt allerdings. Ever look at guys and go like, yeah, I'm gonna hit that. Well, yes, of course we do. But only when we are driving. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh. Wait, that was gonna happen. propreheartache. Ach so. Alter. Oh mein Gott. Okay, geiles Versteck. Nein. In was für einem Zeitalter wir auch leben, dass wir geile Spielclips in der Auflösung abgefilmt von TikTok bekommen. Nein, der ist nicht TikTok. Doch, da stand gerade TikTok irgendwas. Ja. Ja, keine Ahnung. Wo hat man das Format auch noch? Er wird von deinem Leben wo wir auch noch das falsche Format haben. Ja, aber das Handyformat, das ist das neue. Können Sie sich dazu machen, ja. Was ist das? Oh, der Prosche ist ein Prosche. Oh, der Prosche. Ich liebe diese TikTok. Ich auch. Es gibt doch, es gab eine schön Metal-Band, die er hundebellen lässt. Was gibt es? Sorry, Christian. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber es gab eine britische Metal-Band. Ich glaube, britisch. Metal-Band, die hundebellen lässt. Jauling-Dogs. Jauling-Dogs. Er ist in here. Er ist in here. Er ist in here. Ich dachte, ich habe ihn gesehen. Ich dachte, ich habe ihn gesehen. Er hat einen Schatten. Also, wenn er ihn sieht, stirbt er gleich, oder was? Ich glaube, es ist Outlast, oder? Ja. Das wäre geil. Ja, moin, Alter. Ja, aber der geht wieder rein. What the fuck? Schade, schade. Oh, mein Gott. Oh, geil. Oh, fuck. Wow. Was hat das denn? Was ist geil? Das war leck. Oh, mein Gott. Oh. Was hat die erwartet? Ja, weiß ich auch. Okay. Peter, vielleicht müsst ihr halt nochmal gucken, damit das lustig wird. Okay, warte, ich gucke. Ich gebe lustiger. Ich gebe eine Chance, gebe ich ihm. Aber die haben alle das gleiche Video mit einem bisschen Verzögerung gestartet. Ja, war schon lustiger als beim ersten Mal. Ja, das stimmt. Lustiger schon. Perfekt! Holy shit! Das ist so cheat! Das ist so cheat! Yo, wtf! Cool! Yo, wtf! Wie ein Formel 1-Wagen! Have you had a new day? Really? You've had fun sitting there all day? Have ya? Go! Yo, moi in there! Ada! Cuss! Yo, wtf! Yo, wtf! Yo, wtf! Das kann also ein menschlicher Abfall sein! Der Sound war jetzt schon überraschend gut, muss ich sagen! Alter, er war richtig gepresst! Woah! Alter! Awww! So, wie soll ich das mit dir auch mal machen? Mö, kannst du sowas? Oh, geil! Nigga! Alright! I am rather looking forward to this analysis! How interesting! Just look at that! Shouldn't we try to capture a specimen? Woah! You can't be serious! The test chamber, Gordon! Okay! Hey there! How you doing? Hi! I'm good, how are you? Pretty good! Brian! It's Kermit! Yeah, Brian! Come here! I got something to show you, Brian! Oh my god, stop! I'm scared! Kermit's scaring me! Why? Oh, you're not even scared! No, Brian! Kermit is scaring me! Hey, Brian! Check it out! Oh! Oh! Oh my god! Oh my god! Das ist heiß! Oh, ich hab kurz gedacht, das wäre Wolf Team! Nee! Skyrim Warwick! Geil! Nice! Was? He, 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 he! War da sich n' Loch eingebissen! Jajaja! Und du 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 für ist Das ist doch super angenehm. Und damit hat der die Runde geholt? Oh mein Gott. Shit. Nice. Let's try. Was P2 kommt? Das ist der Forrest, oder? Ich bin der Kopf wieder voll geil. What the fuck? So, auf jeden Fall der Chaos. Stop it, please. Stop it, please. Stop it, please. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça, s'il te plaît. Detente, por favor. Detente, por favor. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. No. Was? Deutschland würd's das nicht geben. Reduce for simply. Oh mein Gott. Geil, Mähdrescher. So ist das falsch. Heiraten die da? Heiraten die da? Ja, ey. Gleich gehen wir auch vielleicht mal weg. What the fuck? Day one of feeding my hippo cheese. Geil, Scheiblettenkäse. Der ein Hippo in der Garage hat. Lass mich dein Hippo sein. The boys, when I get a team wipe. Two Karts. Two Karts. One is broken. Oh, shiiiit. Shiiiit. Yeah. Ha ha ha. Ha ha ha. Geil. Voll coole Freunde, das muss man mal lassen. Die hätte ich auch gern. Ha ha ha. Die Hüfte. Oh, what? Sogar drei Leute. Achtzehn. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Fast and Furious. Was das notwendig ist, ist schon fast tragisch. Ja, nicht nur fast. Krass. Russell, not again. Name three countries outside America. Ukraine, Italy, Poland. Nice. Can you name one in Africa? Uh, Chad. Interesting choice. I appreciate it. What do you do for your career, homie? I'm a YouTuber. I used to be a famous TikToker. One suicide joke, boom, cancelled. I thought it was fun. Okay. One, two, three. Wow. Fabrett den Hexer. Oh, gut. Aua. Na halt. Ha, ha. Ha, ha. Das sollte mit so einer Angel eigentlich nicht passieren, oder? Die Stimme das nicht. Also sie dürfen nicht teuer sein, wenn das passiert. Ja, das stimmt. Oh, nice. Yeah. Boah, ey. Boah, ey. Oh. Ja, muss die halt abkommen. Boah. What the fuck? oh das habe ich auch noch nicht probiert so back on wednesday i got my first dose of the vaccine which is amazing i had a normal side effect of like my arm being sore but i also got like a weird like side effect i kind of started growing another person and i don't know what to do about that what the fuck hey please someone i'm going to go lol oh my god he's gonna do it again oh my god easy oh my god warum warum oh my god haha 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 Okay, das war Quackers, the duck has memes for you von Mima, man. War gute bei. Alter, ja. Wir danken mal wieder vielmals fürs Zuschauen. Original natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.